Aus den Botschaften der Freude Liebe Freundin, lieber Freund, Du bist ein von Grund auf positiver Mensch. Dein ganzes Wesen ist auf Ja eingestellt, ein Ja zum Leben, zu deinem Körper, deinem Geist und deiner Individualität. Wie erfrischend das ist, wie weise, optimistisch und klug. Es ist eine Wohltat und Freude, das Leben zu bejahen, nicht wahr? Ja zum Leben ist eine Wohltat und Freude, die quiete, die humanität und Freude, die wir zu, die disciples dazu aunt moeten machen. Vielen Dank.